hallo und herzlich willkommen zurück zu manalords hier bei simcities mit mir den karsten wir hatten zuletzt hier den fight gehabt um weisbrand den haben wir ja soweit jetzt gewonnen somit werden wir die einheiten zurückschicken und auflösen und dann können wir das hier irgendwann angehen auch im dorf zu wollen also hier frage ich mich jetzt muss hier quasi aber null anfangen also wie fängt man denn das an muss als erstes irgendwie leute hierher kriegen das ist auf jeden Fall gut zum anbauen hier Richtung Windmühle sollten wir nehmen also hier würde die Stadt eher sein in die Richtung wir versuchen das einfach mal so ein kleines Dörflein hier zu bauen aber wir hätten können da kann ich kommen denn da bauen also wie 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 funktioniert das weil ich habe hier null Waren wie kriege ich hier Waren hin ist das hier irgendwo ich weiß noch nicht hier müssen wir auch groß genug werden zum besiedeln eine neue Region verwendet ach so da braucht man dann wahrscheinlich hier wissen das das hier ne ja dann kriegst du nämlich die ersten Menschen und dann kannst du so nach und nach hier ihr erhaltet verschiedene Startvorräte und fünf Startfamilien ok wir müssen uns jetzt beeilen mit dem Ausbau weil die Steuern das ist ja gut die Leichen ziehen halt auch gut drunter ne ich weiß gar nicht ob wir jetzt noch Leichen gerade haben irgendwo in dem Ort wir würden doch transportieren auf jeden Fall noch so das ist ja komisch ne dass die alle so umstehen diese Dudes ah guckt's an die sind jetzt da die bringen wir hier hinten mal hin können die jetzt wieder zu ihrer Arbeit gehen oder 219 Leichen noch das ist die natürlich hart da könnten wir irgendwo noch ein Leichending bauen die sollen erstmal das da bauen fahren wir dann vier Familien mit rein und dann der Weg auch ein bisschen kürzer zu den Leichen hier wir haben schon so viele arbeitende Familien gerade als zum bauen ne dennoch kommt das hier gefühlt nicht voran ich bin irgendwo noch Anbindebalken jetzt gebaut ein Bau ein Bau kein Brennstoff aber wir haben noch genug wir haben noch genug einige Häuser noch ohne wir müssen die Leichen loswerden wir müssen die Leichen loswerden die Schöpfer natürlich auch hart rein minus 17 minus 17 die 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 Oh oder ein paar mehr stufe 3 ein paar bauern ein paar bauern ach man Das dauert echt lange, das zu bauen, ne? Neunzig, weiß man nicht. So, noch ein paar Ochsen, ne? Achso, ne, uuh. Wie viel Platz haben wir das noch frei? 10, 14. Auf 26. So, jetzt müssten wir theoretisch wieder ein bisschen runterfahren können. Sind die Leichen jetzt noch auf den Feldern? Wo waren die denn? Hier irgendwo, ne? Wir gucken mal, was sagen die jetzt? Was machen die? Warten, 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 enden. Dann alle hier raus. Und hier auch. Oder, oh, trittet die hier noch. Ne. Dann bereiten wir mich jetzt schon mal hier vor. Eine von mir haben wir jetzt noch gebaut. Und hier. wir können doch auch wahren verkaufen so auf 500 über gestalt langsam an es ist so komisch mit dem wir brauchen jetzt langsam im die nahrung pushen wir ganz schön gerade hmm hmm Die ganzen Familien, also die Krieger, die wir verloren haben. Ich weiß, wir können jetzt auch ein paar Häuser bauen ohne größere Gärten eigentlich. Ich weiß nicht, wir können jetzt noch ein paar Häuser bauen. Ja. Kann ich hier irgendwo noch rankommen? Ah, da sind die Lebensmittel voll. Wir brauchen jetzt hauptsächlich... Heute ist also wohnungen. Wir bauen jetzt hier oben erstmal noch gerade. Weil wir am höchsten gestellt da oben bauen. Und es gab Steuern gerade. Aber immerhin sind die Leichen jetzt alle weg. Das machen wir. Muss ich das jetzt hier angeben? Ne. Wie funktioniert das? Ermögliche die Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide, wodurch Fruchtbarkeit besonders schnell regeneriert wird. Ja. Muss ich das aber jetzt... Machen wir es von alleine? Ach da. Ok. Muss ich Retter bezahlen. Zur Zeit nicht habe. Ja. Ok. Aber wir halten das ja gerade aus. Für die Steuern. Und bei. Und bei. Im Moment. Ich bin gespannt wie das gleich aussieht. Ich bin gespannt wie das gleich aussieht. kommt autos Offen hier? Offen nicht, oder? Wo ist denn mein Viehhant da? Sechs holt er noch. Passt. Nee, nicht in Steilfläche. Ja, da nachher musst du umstand, ihr Limmel. Ach, die werden schon Angst haben, wo die noch gar nicht fertig sind zum Beispiel. Okay. Wo ist meine Mauer? Die Mauer? Die Mauer? Die Mauer? Guck mal, jetzt werden die ganzen Gebäude fertig. So. Haben wir noch irgendwo Anbindebalken gerade? Hinten habe ich ganz viele gebaut, ne? Alle ausbauen. Dann erstmal raus. Oder? Da? Da? Werenker? Oh eine familie lassen wir noch mal drauf um solche weite familien haben müssen wir aber das machen wir alles in der nächsten folge